Herzlich Willkommen im Reisebüro Music Unlimited! Es ist nicht nur so, dass bei der Musik Leid zusammenkämmern, sondern es lässt sich auch auf musikalische Art die Welt kennenlernen. Und genau das mag der Grund für Karl Leitner gewesen sein, für sein Diplom-Projekt das Reisebüro Music Unlimited zu erfinden. Nach diesem wundervollen Ausflug nach Spanien steigen wir wieder in das Flugzeug, um auf unserer Reise nach Dänemark zu gelangen. Als versierter musikalischer Reiseleiter entführte die Zuseher ausgehend von Langenwang im Mürztal in verschiedene europäische Metropolen, Barcelona, Kopenhagen und Berlin, um schließlich zum Abschluss und Höhepunkt seiner Reise in das oberösterreichische Müllviertel zurückzukehren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017